Hallo Max! Hallo Michael, wie geht's? Hallo Max, ist deine Frau auch da? Ja, meine Frau wartet am Auto. Schön, dann unterhalte ich mich ein bisschen mit deiner Frau. Hallo Lili. Hallo Olivia. Wie schön ihr aussehen. So schöne Haare, schöne Laufen. Ich hab hier Tee. Möchtet ihr was trinken? Ja gerne, ja gerne. Was hat die Hexe gemacht? Hexe, Hexe, Olivia und Lili kommen zurück. Jetzt gehen wir Eis essen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 수� urgency März